Jawohl, 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 herzlich willkommen auf dem Kremat Kanal mit der Mannschaft Kremat in einem Ligaspiel gegen Trasmuspor aus der Türkei, mit meiner Wenigkeit und dem legendären, ist er jetzt schon, Stürmerstar, dem Patry, und wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal, so, an dem Ligaspiel, schon ist es auch wieder, helles Tageslicht, so, der Matz sollte ja, der gute alte, bekannte Reis, nur der einzigste und wahre, genau, der war nicht, aber, die ist, zick, so, Liga, Pokal abgehakt, jetzt, Liga, Alltag, äh, haben wir relativ gut begonnen, hier das Ganze, mit einem Sieg und einem, ja, einem Unentschieden, Unentschieden, kann es gerne weitergehen, Oh, bitte, jawohl, 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 jaw durch gesetzte sehr schön so 10 fünfte minute weiter geht's aber es wird unsere fans das nach den spieler auswärts gehe ich bin ja kein fair ja ehrlich jawohl ach schade war gut gedacht aber leider nicht durch das die jo stark stark sauber und schuss hat er ja nein ecke dann aber oder einwurf ecke sogar nicht mehr dazwischen ja schade und ich bin auch in der marke r ich bin aber auch mit festen spielern das ist schon mal ergenommen sehr lustig und ihr wort perfekt sie wollte ich zu dir schade scheiße okay alter auf sich gibt gelb oder sowieso aussieht gelbe gerade noch geld jetzt muss ich aufpassen 80 minuten die 70 minuten hier nein der rausschlag stark wer ist wach rodriguez rodriguez also einer für uns sehr schön und die pfiffe warum macht er denn das so jawohl du sag gelb ja du musst auch die gelben karton geben ja da kommt er noch angelaufen und wollte klären was soll das war ich habe sie noch getroffen aber leider voll am mann glaube ich wohl ja 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 das ist alles offen hier in der ecke das ist so mit tiago like sehr gut ja wirklich schön das läuft ja wie es laufen soll stark wird wieder einen sehr guten tag erwischt auch noch reingeht dass er 30 30 ein tor erzähl nicht egal sehr schön sehr 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 aber so wie ich glaube die sind auch noch nicht die 8 die spielen das glaube ich noch nicht so lange aber auch da auch der andere stürmer da liegt der links stürmer die die putze hat nicht komplett gefehlt und und ich 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 ja 6 9 habe ich ich bin mal 9 0 erhalte geil er gut als ich glaube du hast auch an die allen dreien beteiligt ich freue mich schlecht aber er ist da immer sehr gut das erste direktes letzte die ecke und bei dem anderen was glaube ich auch noch das ja auch die ecke gemacht wurde dann zu dem kam ja stimmt ach ja da kann sich kann sich schnell genug drehen da geht dran jawohl aber ist jetzt kann ich ja so was war das denn alles klar ja so war eine erste halbzeit sehr schön sehr schön ich glaube wir können mit drei punkten plan noch einen punkt in den letzten sechs spielen also um die liga zu halten natürlich das sieht gut aus das ist gut aus wir arbeiten uns nach vorn definitiv solche gegner haben leider nicht immer ja man gut sonst wären wir auf die die fifa pros hier die messis des fifa spielen auch wenn ich nicht mal vorteil oh ja wohl der muss sie machen jetzt über das ding ja wohl schade stark nein aus die krieg die oberste ja war alter ein mietzel zu lang aber wirklich nur eine fußspitze da ist der ja genau nachher ja ja perfekt sensationelle Passe GOOOOO 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 Ja Ja Wack da alter war so klar es war so klar ein schöner Lupfer ne und die geben wir auf ja sehr schön war zwar ein geiles Spiel ein geiles Spiel von uns also wenn es jetzt keine Skillpunkte gab ne dann heißt es auch nicht ja keine besser arbeiten können wir doch nicht ach ne man egal so dann schauen wir uns mal kurz an wie gut die Jungs waren Trabzonspor Liga 9 drei Siege vier unentschieden sechs Niederlagen ja nicht so top drei Mannschaftsmitglieder ok aber warum gibt es keine Punkte mit dem netten ein bisschen ja das weiß ich auch nicht vielleicht kann das einer da von euch draußen erklären wie in welchem Rhythmus es hier punkte gibt keine ahnung ja so ein kurzer blick auf die Statistik ich habe 17 spiel absolviert ich habe sechs tore geschossen vier vorlagen also pokal geht hier glaube ich nicht mit rein ich weiß es nicht ne 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 schüsse absolviert und fünfmal spieler des tages bin ich geworden das jedoch was bedingt es eigentlich immer noch 81 warum ja weil wir uns ja nicht ausgehen können hier schwach wobei wir entwickeln uns ja trotzdem weiter das ist ja naja klar na gut ok dann wirst du nächsten Malke Leute wir haben jetzt sieben Punkte genau ein Punkt noch in klasse zu halten oder zwei Siege um aufzusteigen und das sind fünf Spielen alles ist drin hier ja sieht doch rosig aus würde ich sagen dann machen wir wir haben echt einen positiven Verlauf ne zehn Siege fünf Niederlagen ja das ist doch mal das Doppelte das Doppelte an mehr an Siegen als an Niederlagen das ist doch mal ja sehr üblich hier von uns so anderthalb Sterne läuft ja sehr gut und dann Leute nächste Folge reinschauen nächste Folge geht es halt um den Klassenerhalt ja ich bin optimistisch dich auch dann schaffen wir ja ich denke auch so und dann sind die die Krivats Gwa-ha-ha-ha-ha-ha-house.